Moin moin, mein lieben Chibis. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pigment. Ne, 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 wo denn, Mann? Ja, Lina ist genervt schon wieder, äh, Schatzi. Achso, mach mal zwei Spieler, Moses, Mann. Ja, was soll das denn? Wenn ich Lina-Pigment keine mehr auf der Karte habe, dann sag halt wo, damit ich auch pflücken kann, Idiot. Ja, du musst es. So. Mann, ey. Ähm, wollen wir als erstes zum Denduri-Bettel gehen? Warum sitz ich schon wieder auf dem Horn? Ich bin abgestiegen. Was soll denn das? Weiß ich, was sollst du am Pigment mitnehmen wollen? Das ist mal einfach eine Aufempfehlung oder weißt du dich was. Ja. So, dann, ähm, lass mal wohl kurz gucken. Halt, ach, ich verwechsel, ich vergesse mal, dass die Karte auf Plus ist. Ja, das Denduri-Bettel haben wir ja gemacht gehabt, aber hier war ja irgendwo noch ein Denduri. Er kam von der Kiste zu 100%. Da ist ja auch noch hier, mit der Zeit gewesen. Ich würde sagen, das können wir auch noch gerne machen. Das hier gleich mit Ecke. Hier war noch... Ich weiß nicht, war das das dann, Denduri, dem? Ich weiß, das war noch nicht. Ja, so, die nicht, Denduri, aber nicht gegen Olima, das hatten wir schon. Ich weiß, aber gehen in so ein... Ja, dann lass uns mal da hingehen. War das nicht irgendwo hier lang? Hier, glaube ich, lang. Ich will mich jetzt nicht erst täuschen. Und rechts, glaube ich, da. Nein. Da steht er. Hat er nicht in der letzten Aufnahme noch eine andere Farbe gehabt? War er nicht da lila oder spinnig? Hat er auch andere Augen jetzt? Hey, da ist doch noch jemand mit Blattwerk auf dem Kopf. Ich bin auch der Meinung, dass Sie generell in der letzten Aufnahme... Denduri, jederzeit. Denduri, überall. Noch einmal, Denduri. Und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. Das Gleiche kennt eigentlich Lila Blätter, aber auch egal. Das ist nicht unser Pilot, aber ein gestrandeter Person ist es trotzdem. Los, rette sie, Grünschnappe. Wenn ich jetzt noch an Blou denken muss, muss ich hier an Alf denken. Aber der wird doch wahrscheinlich nicht... Alf wird man doch hier wahrscheinlich nicht auch haben und Charlie, oder? Und, äh, bitte. Solange wir Louis nicht haben... Näää. Louis ist ein Arsch. Na gut, okay, der Blattling muss immer sagen, der redet jetzt ein bisschen zu viel für Louis. Ja. Weil sie kommen, weil ich, ich hab Hunger, dann wäre ich gleich so. Stride für Deutsche. Und der hat niedliche Raum als Louis. Hier, testen wir uns an Denduri. Ich mag aber das Blau. Das ist ein schönes Blau. Ich liebe Denduri. Liebst du Denduri? Okay. Na gut, ähm, ich würde sagen, erst mal Nektar nehmen. Ach, jetzt zack, erst mal das Vieh wegmachen. Herkomm, herkomm, herkomm. Nii, nii, niii. NICHT DU! Schlup! So. Du das. Die Krab da. Ja, nimm's mal mit. Ja, ebenso langsam. Oder ich weiß noch, ob wir erstmal Gegner abtransportieren lassen. Ja. Das ist ne Gelbe, lass die, ihr holt die mal. Ja, die graben. Die graben besser. Die sind schneller. Sehr gut, Hund. Der kann die Pilze zerstören, denke ich. Gut. Haben wir noch Nektar? Nee, ne? Nee. Gegrabt. Äh. Nee, äh, weiter abtransportieren, bitte. Ähm, da kommst du nicht lang, musst du von anderen Seite, also, würd ich sagen, gleich wieder hier in der Richtung. Ja, behalte ich noch bitte ein bisschen. Also, kannst du mal nach rechts drehen? Da geht's noch lang. Ja. Mega Pikmin. Da wo man war zum Einreißen. Ja, aber die kann ich nicht kaputt machen, dann musst du selber. Eisbomben bringt mir, glaube ich, aber auch nichts. Für mich wundervollt mit Eisbomben, was ich mache. Und die anderen zwei können wir ja schon mal abtransportieren. Ja. So, äh, ich würd sagen, die gelben transportiert haben, die roten kloppen, dann ist viel da weg. Oh, da ist es nochmal frei. Perfekt. Ja, der Hund. Soll sich das nicht einverleiben. Ja, wahrscheinlich würdest du jetzt den gelben geben, ne? Da kann ich aber auch durch. Nee, da musst du mit dem Hund da erst hoch und dann kannst du durch. Aber ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Ja, aber eigentlich kann ich da nicht durch, weil... Ja, also noch ein paar bei dir bei, mit haben. So, jetzt mal mit. Ja, da ist ein Elektro. Ja. Oder ist das hier ein Würstchen? Was ist das für ein Zähler? Muss man die Gegnerbrücke machen? Geht das jetzt Tore unter? Da hinten sind noch rote Pikmin. Ja, das habe ich gesehen. Ich gucke mal weiter da drauf zu kloppen. Was für schlecht ist dann, Dori? Halt die Klappe. Soll es. Ja, jetzt ist das Tor offen. Warte, pfeifen mal zurück. Die rennen sonst durchs Feuer. Was? Nein. Oh, Idioten. So. Oh, der war die genau in den Elektrozaun reingeworfen. So. Also war ich auch ein paar Gabbel für den Zaun. Warte mal, guck mal zurück. Achso, ja. Nein, weitermachen. Da sind das im Weg. Oh, ich brauche gerade die ganzen ganzen Gänsen, wenn ich den scheiß Zaun kaputt habe. Der Hund kann doch auch mal was kaputt, äh, kann auch mal was abtransportieren, faule Sau. Na hier, Ojin, der kann doch auch mal was tun. Der kann doch hier das Würstchen mal abtransportieren. Äh, mach das jetzt. Faule Sau. Mann. Ah, da oben ist Marmeladenglas. Ah, da wollen wir die roten gut. Aber jetzt nimmt es noch hier die anderen Sachen alle mit. Ah. Da ist auch noch. Ach, das Ding. So ein Solo-Ojima im Erste. Dann soll er das schon mal da machen. Ich muss jetzt mal kurz Abkürzung machen. Ach, da ist noch Nektar. Ja, dann mach. Ja. Da kannst du die anderen Pikmin wiederholen. Und wenn du noch ein paar gelbe, äh, paar Blatt hast, kannst du noch, da ist ein bisschen Rest Nektar. Sammle deine Pikmin. Ja. Das ist ja eine Grundlage von Dori. Das sieht aus wie Katzenaugen. Irgendwie. Da war er noch Nektar. Äh, da. Noch ein bisschen. Und dann rechts. Wo war es noch lang? Ähm. Da oben. Also jetzt, äh. Ja, aber eigentlich müsste ich hier auch noch. Ja, die kannst du ja auch noch transportieren. So. Und da. Ja. Ja gut, dass du schon mit dabei hast. Er muss auch. So. Und geht's. Und geht's. Ja, ich muss jetzt, äh. Ja, ich muss jetzt, äh. Ja, aber das Ding muss auch nicht so. Ich muss drauf springen, Hase. Und jetzt? Ja, keine Ahnung, was es jetzt gebraucht hat. Oh, boah. Ist da woanders auch noch runter? Da fehlen noch ein paar Pigments, Nekke. Oh, da sind auch Nektar, ist da jetzt gespawnt. Äh. Oh, Leute. Wo hast du gegen die Wand getauscht? Ja, die Kamera ist mal so scheiße. Ja, das schafft man sie nicht mehr. Oh Gott, wir sind so schlecht. Ja. Wir haben die Bronze. Das ist wirklich schlecht gelaufen. Oder das sind einfach sehr starke Ansprüche. Oh. Weißt du, es lag wieder noch an diesem Scheiß-Gold-Klum. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie nochmal nachmachen kann, aber gut. Wir haben jedes Mal dieses Scheiß-Gold-Klum. Ich kotze. Nein, Dodori, zu gut. Und schlagbar. Wie versprochen, erhältst du Belohnung. Ey, mich kotzen diese Gold-Klum, Mann. Es lag wieder nur an denen. Du bist ja richtig gut, Dodori, naja. Dann holen wir uns gestrand personal da raus. Die Kamera ist manchmal auch Dreck einfach. Ich habe aber auch gedacht gehabt, du wärst besser. Gold habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet gehabt, aber ich dachte, sie selber hast du. Bei den ganzen Blättern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist. Trotzdem müssen wir den ja retten halt. Bla, bla, bla. Ach, das ist immer das selber gelabert. Dann transportiere ich den halt ab. Die nerven also mit ihrem blöden Keim. So, ähm. Ist ja schön, wenn wir noch Keime auf der Karte sind, oder dann sagt doch halt, wo? Ich wollte das selber gucken. Woran sehe ich das denn, wo noch Keime auf der Karte sind? Die sagen ja nichts. Ach, da ging es da auch noch rein? Guck mal, da vorne geht es auch noch rein in die Höhle. Dann gehe ich am besten gleich mal wieder zurück zum Lager und dann da auch. Ja, da sind auch noch die Höhlen. Ja. Ja, komm, dann geh mal. Ja, die Richtung ist schon gut, glaube ich. Folge einfach die Pikmin. Die wissen ja, wo es lang geht. Ja, über die Brücke rüber und dann eben nach rechts. Da oben war es, glaube ich. Ja, bei die Tüte kommst du auch. Watscha, watscha, watscha. Ich frage mich immer noch, wo die andere Zwiebel ist, die wir suchen. Die neue Pikmin-Art. Ja. Bisher noch keine Spur davon. Züge, äh, zügige Gänge unter den Gängen. Zügige. Ich habe sie mal, dass du trotzdem noch als weiter oder nicht. Weiß ich nicht. Ja, ich habe jetzt nicht lange waren, bis die immer mal fertig sind. Ich sage mal, die machen es entweder in der Zeit einfach von alleine weiter oder immer wieder draußen sind. Ebene 1, also scheint es mehrere Ebenen zu geben. Sieht wild hier unten aus. Ja, das kannst du erst mal gleich nie reißen, würde ich sagen. Interessant, dass du aber gleich mal 50 Pikmin hier am Start hast. Ja, da ist es ein Job für die Gelben. Ja. Da ist es gar kein Mini-Dings. Schon hier ein Puzzleteil. Jetzt geht sie schon weiter. Ja, anscheinend. Ich würde sagen, erst mal ist so alles mitnimmst, was geht. Na, da geht es auch noch hoch. Wir müssen so lange hier bleiben, bis das Schatz sind, so haben wir noch komplett raus. Was ist denn das? Ist das ein Schatz auch? Und scheint. Ich muss es irgendwie selbst mit dem Gap machen. Okay, wie ist die Ebene hier ein bisschen zu einfach? Nee, schon alles gewesen zu sein. Nee, aus. Hä? Das ist aber eine ziemlich einfache Ebene dann gewesen. Nee. Haben Sie jetzt kleiner auch. Das war ja nicht wirklich was irgendwie versteckt oder sowas. War eigentlich ja ziemlich alles offensichtlich. Vorschritt 25%. Also muss es noch mindestens eine dritte geben. Ja. Weil meistens war, wer zum Zweig hat, war ja bei der ersten schon 50%. Jetzt haben wir ja gerade mal ein drittel. Da wäre dann vier. Ich bin alle 25% ab. Aber mal gucken. Okay, da ist mir was mit mir reißen. Entweder sind wir in der Nacht dann bei 50% oder bei 75%. Dann würde ich sagen, lass mal die Gelb... Oh gut, oh alle. Ich reiß das mal ein. Hier müssen wir roten machen. Ja. Ja, das sind die welche, die zum Eispigmen werden. Diese Knospen. Ich weiß doch noch. Na. Erstmal bevor man das transportieren lassen... Ja, aufpassen ist, dass er ihn nicht runterschmeißt. Das ist auf jeden Fall schon so nebsten. Eben irgendwie. Das ist eine Billardkugel. Ja, das muss ich mal abtransportieren. Und aufhören. Ne, der Hund hat keinen Bock, dann macht ihr ja nichts. Das ist wie so eine Luftzene. Ja, damit warten wir uns mal ab. Der Hund macht wie ein Scheißdreck. Und das. Ja. Und damit. Genau. Du scheinst ein paar Eispigmen zu brauchen. Dann lass mal die anderen. Diese brauchen nur so ein Luftding. Ja. Ja. Good job. Und. Oder es ist ein gelbes Pickbord dazwischen. Au. Und man sieht es an wie ein Schwein. Ja, aber ich auch gerade sagen. Nein, jetzt mach doch mal. Du musst aber auch noch Zeug. Äh, du musst noch mal dran werfen. Ja, jetzt kannst du mal gucken, wo du bist. Wo ist denn dann, wenn du da mal eben kurz drauf liegst? Nicht wirklich, jetzt mal kurz noch andere ab. Na, ich spieke, man sollst du vielleicht auch holen. Ich weiß nicht, ob du ein paar gelbe oder so hergibst. Wir scheinen ja mehr rote gerade im Einsatz zu sein. Also für gegnermäßig. Wir haben die 6.000 in der Marke schon erreicht. Komplett. Freizeit-Inthusilien. Oh, ja, wir sind komplett wieder. Kommen wir. Zum Start. Zum Start. Ähm. Ja. Ich würde mal jetzt vorsichtig sein. Geh mal zur Eiskussblumen. Vielleicht schmeißen ein paar gelbe Pigment oder so rein. Weil die Rotenscheidsee unten noch zum Kampf zu gebrauchen. Ne. Ich habe Luft eingefroren. Und wer hätte gedacht, dass eine dermaßen riesige Blume im Untergrund blühen würde. Ah, das ist also eine sogenannte Königinblume. Wirfst du einen Pigment hinein, nehmen sie die gleiche Farbe an wie die Blüte. Unglaublich. Sie können die Farbe wechseln. Pigment sind die merkwürdigsten Geschöpfe, die mir jemals begegnet sind. Ja, nicht nur Farbe wechseln. Die kriegen ja komplett dann die... Die wären so komplett einer Pigment eigentlich. Neue Kreatur entdeckt. Ich hätte das jetzt nicht als Kreatur... Ich jetzt auch nicht, aber gut. Na gut, nachdem wir beim letzten Mal ein paar Eis-Pigment draufgegangen sind, ist glaube ich ganz gut, dass wir jetzt hier welche neu haben. Ja. Alles klar. So. Ähm. Den bist du ja draufgegangen, in Luftstrom. Wie sieht es mit dem da aus? Ich meine, hier gibt es auch noch mal ein paar Schätze. Ah, ja. Daher kannst du gleich die Eis-Pigment-Freude machen. Okay. Jetzt muss ich noch mal die Eis-Pigment. So. Ich finde es, dass die gelbe Blumen haben auf dem Kopf die Eis-Pigment. Oh, geht. spielzeug ja dann scheint das auch jetzt alles glaube ich gewesen zu sein schon mal entweder sind wir damit 50 prozent war jetzt noch mal der ausstieg dann wird einmal die hälfte 75 prozent dann gehen wir dahin schon ein bisschen ja ist aus oder wenn wir jetzt bei 50 prozent sind heißt das dass wir erst das ding hier ja es gibt vier ebenen ja das ist jetzt ein großer muss ja auch mal ein bisschen größer werden schwer ist es auch jetzt gerade nicht bis jetzt geht es noch na gut na gut das kannst du schon mal abtransportieren eine richtung gase da ja ich glaube da muss ich gern das freigrabben sein ja das wäre so ein käfer okay da geht es weiter zum nächsten ding da sind als klicken ja aber da muss ich erstmal hinkommen und hier komme ich da nicht hoch da kann ich so sprechen eigentlich muss ich jetzt ja du musst den wind nehmen davon ist auch so dass du vergessen und sie war jetzt mal geht es mir jetzt mal gesagt haben die anderen pick und somit die ganze basis auch in verlegen wäre es auch gleich ganz schlau die nektar lässt auch erstmal liegen ja gehen wir weiter an lang vorsicht das vergedeckt leichte in der gelben pick und ab ich weiß es nicht weil da kommst du mich da treffen mal ein bisschen von hinten an damit ich ihn auch treffen kann sehr schön da kann sie eispigmen ja gleich und nektar geben wahrscheinlich nicht da muss man mit drei hängen erstmal musik 20 hast du wenig jetzt denken die armen kinder sind da wo da oben ist allerdings meine lokomotive ja ich glaube das reicht immer noch nicht ganz ja ich brauchte nur das beeilung es geht mal vielleicht von den links da also gefühlt so baller sie geht sehr krabben nektar kommt das grundig er kam immer so komisch angeflogen sehr schön gut nicht verarschen da gehst du mir zurück hast du musst schon da wo du gerade hinwolltest da oben hoch da geht es weiter da würde ich sagen gelbe pick man sind das eine uhr klingel ist noch mit nektar das kann sie auch noch abtransportieren wir brauchen das auch noch was zarium 6.500 wir haben ja schon vor wie ach das ist ein zähler ein schritt zähler machen wir hier das schon wurde geplättet und da kommst du jetzt nie moment hat man jetzt kann ich erst mal wieder bei den pikmen holen ja gehen wir mal darauf nur strom wir haben aber alle schätze ja ist aus aber ich wollte eigentlich darauf hinaus und da geht es ja wir weiter ja wenn wir als schätzer haben alle pikmen da sind ja das ist aus perfekt wenn jetzt nicht die letzte eben dann noch um eine mausversuchung über dann hatten wir schon nervigere man kriegte gerade ganz schön viel glück zu haben also wir waren davor irgendwie unter 6000 sind wir schon bei 600 500 da fand ich diese höhlen mit diesen fließbändern ist jetzt am aller allerschlimmsten ja die fand ich bis jetzt echt am nervigsten von allen äh ach so ein Viech an den kann ich mich noch ein bisschen ändern ich glaube das Viech war böse äh bläst das nicht auch so blöden Wind ja der bläst Wind geil das hat schon besser du machst es dir einfach platt dass wir gar nicht erst zu dem hinlaufen oder nicht ja gut da baller ich halt drauf ich brauche das nicht dass du mir jetzt immer eine Pikmin irgendwo runter äh das ist ein bisschen jetzt gecheatet und so aber ganz ja ja da ist es schon eine Person ganz ehrlich wenn du jetzt gerade noch mal einen auf Blasenbad macht ja er bringt grad eh nix die Bowlingkugel äh Billardkugel kannst du noch machen ja genau genau er gibt das mit ah da kannst du denn das gelbe brauchst ne du kannst ja gleich runter pfeifen und ja noch was steht hier auf Visitenkarte ist diesmal einer von uns nein Petunia konzentriert unter die Gent sie trat dem Team bei um eine unkonfizielle Methode anderer Lebewesen zu erforschen ach du scheiße da steht aber Forschungsteammitglied ja aber aber nicht unseres Team weiß ich nicht die müsste also so andere Lebewesen erforschen bestimmt dann auch wegen der Pikmin und der ungewöhnlichen Fauna hier vielleicht gehört sie dann zu diesem anderen grünhaarigen da das ist ja auch wie in der Fauna hier ja dann nimm mal das vielleicht gehören die ja irgendwie zusammen ähm ja du musst ich glaube ich auch auf der anderen Seite meinen Stellen über die kommen Jungs naja äh warte mal was gehen nochmal da weiter links kannst ja die Eis-Pigment ja noch da haben wir gerade eben auch schön gesehen gehabt wie schnell die Blumenpigment gerade da waren und wie schnell die äh bloodpigment da waren ja okay aus scheint schon alles gefunden zu sein dann raus ja die war ja easy peasy ja dafür dass sie mit vier Ebenlösen und zwei Gebiete fand ich die bisher noch fast am einfachsten und du hast echt sehr viele Sachen bekommen das hätte gefühlten Tutorial Dinge sein können oder nicht ja die fand ich echt einfach wie viele Sachen du auch bekommen machst ja ja ich finde eigentlich mittlerweile könnte man auch ruhig mehrere Personen sprechen ja so nummer drauf dass wir die meisten die wir gerade alle retten sind auch alle männlich sind ich habe kaum mehr hin zum lesen außer die Schiffe 100% ich weiß nicht wo das Schwierigkeit 2 war oder gut ähm dann würde ich sagen Gebiet 50% erforscht dann wenigstens so ne Meldung kommt wenn schon zu 100% nix kommt ja na doch das kommt ja zu 100% Meldung Kass hab ich ja bei mir gesehen gehabt ähm geben du musst mal am besten ich weiß ja nicht was das dafür da ist einfach nur ein Gegner ja transportiert werden kann siehst du da siehst du der Typ ist noch gar nicht richtig in die Basis angekommen der gerettete äh hier lang ah weiß ich grad noch weinst du mal äh ok du musst da zwischendurch also nehm die Tüte entlang da 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 ging die Sachen noch rum oh Leute echt jetzt ja echt jetzt also der Tag ist noch nicht mehr richtig rum ich glaube ich muss den Parten in zwei Parts schneiden plopp wahrscheinlich wieder ähm ja ja fehlt aber klar tschau Gotti soo gut dann macht ihn mal auf den Weg ich kann sie nur abtransportieren der hat doch gar nichts mehr im Kapi nein du Arschloch es ist schlimm Pigment zu verlieren ja ja es ist auch schlimm wenn man Teammates hat die einem nicht helfen das sind wahrscheinlich nur Rohmaterialien nee Bomben ach du schon das erhalten achso die hast du jetzt separat also Gott sei Dank dann kann da wenigstens nix wir können Unfälle mehr passieren ja dann würde ich jetzt mal sagen Hase ja gut pflück nochmal die Dinger hier bevor die Leute sagen wieder ach du hast da wieder Sachen vergessen da geht der mag ich noch um blau ich frage mich ja Wurzelteufel wo wollen wir denn jetzt lang äh wir müssen in Richtung Fluss also da gehen wir gerade aus einfach weiter ich glaube gehen wir einfach da weiter trotzdem runter ja da ist noch ein Loch außer wo gehst du denn hin ja komplett einmal umdrehen da vorne ich mag so weitläufige Gebiete mit nichts nicht oder war hier da schon davor gewesen weiß nicht das ist mir so ein bisschen ja Gott dann mach mal weiter aber hier steht dann was aus das geht in der Richtung vielleicht da auf der anderen Seite ich glaube schätze geh mal rum nochmal links geh mal da lang irgendwie hat doch hier grad was ausgeschlagen ne das ist ne Deko weil irgendwas hat grad ausgeschlagen als du da vorne warst da ist immer noch ein Schatz ich sag ihr so ne große Ebene hier muss doch was sein sonst du setzt mir die Drohne ein naja ich komm langs in die Richtung kann man da irgendwie gut drauf oder so sieht für mich eigentlich nicht so aus irgendwie mehr hier so da oben vielleicht ich weiß du kannst da oben noch gelbe picken vielleicht raufschmeißen doch ich wollte grad sagen irgendwo schlägt das hier aus was aber auch fies ja so ein spiel schmeißen ein paar andere gelbe picken hoch das war auch gemein ey das war auch gemein ey ja was ist denn das ein Becher ah ne die unterseite von der Puppe ja wenn du jetzt den Schatz halt so nicht hättest man würde das halt ja geh mal weiter man würde nicht wissen lassen die können abtransportieren du hast ja alle Gegner entsorgt geh mal da vorne lang das ist echt grad schon fies manche Sachen sind echt eklig versteckt ja da war noch aber da würde ich die Basis gleich erstmal herholen da waren wir auch wollte ich mal hinholen ja warte eben bis die die Matroschka abgeliefert haben bis die meldung kommt wir müssen ja langsam eigentlich gleich ankommen ich hoffe also die dürften sich eigentlich durch nichts aufhalten lassen gehen wir da um die Ecke rum da war auch noch eine Kletterwand zum aufbauen und nochmal rechts was soll oh schnitt das scheißviech nein jawoll ja ja genau macht er richtig ein schönes und ist egal ich abtransportieren das ist aber ein nerviger Gegner ja da musst du kaputt macht äh abtransportieren ja 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 geh erstmal so lange da mal hoch dann kommst du da lang weiß nicht wie ist es mal runter ja gut kannst ja darum ist noch mal nach das ist ein eispigment ja sonst warten bis die wir da sind das müssen wir eigentlich schnell gehen ja ja dann mal hoch da und schon kannst du nicht mit hoch über der jubel kann das ist die pigment da hoch guck mal aber der Hund nicht ich sag mal nix dazu ich hab das mal mal durch den ja so aber ich würde sagen mache erstmal mit den eispigment das Ding weg noch ach ja sogar mal Schatz ja warte mal ich würde erstmal die macht die eispigment das Ding mal abbauen langsam nervt so haben wir schon was zu tun jetzt kannst du noch den Schatz gucken der muss ja irgendwo sein da ist es das signal von der höhle wo ging es denn eigentlich wo ging es denn eigentlich da vorne gibt es ja auch noch irgendwie ja da würde ich sagen kannst du es bestimmt ausgraben ja guck mal ich kann den Haufen dahinten ein bisschen schon bearbeiten guck da kommt was raus ach guck mal an weil ich das ja auch na gut eine Höhle du hast die Erdloch kannst du mal untersuchen ja das zeigt ok der Schatz der Tektorin geht auch darauf schon hier eine Bombe ähm ich weiß irgendwas lang geht also ich gehe mal runter im Moment lag nicht irgendwas gerade drehen wir nach rechts drehen wir nach rechts so komplett ähm komplett rechts war da nicht das ist das ist das diese haaren die wir gestern hatten ach so den hatte ich dir markiert gehabt jungs das macht ihr denn das war schon wir guru da gehen wir dann vor lang erkunde mal sei ein freies Azubi da geht es wieder runter das dings ach hier wie waren wir schon mal haben wir jetzt warte mal wir haben jetzt schon komplett fertig ich weiß nicht so ein dein Ding ist ein bisschen erkältet hä wir waren hier schon mal ich weiß das Ding ist eingerossen aber wir haben 50% aber was haben wir denn hier wo haben wir denn hier ja anscheinend hier waren wir ja schon hier haben wir doch auch die Dings her ja ja gut sondern keine ahnung wenn du ja schon mal bist weil ich gesagt habe geh auch gleich zur Höhle rein ja darauf ist aber jetzt selber kommen können ja wir hatten wir ne ja dann nehmen wir das pigment um bevor die leute die nerven ja ich habe jetzt auch gerade ein bisschen überblick verloren was macht denn der season da schon wieder ja ist ja auch egal irgendwo muss ich hier wieder hochkommen ja gut da kommst du grad nicht hoch dann musst du halt von der anderen Seite ja wo denn verdammt weil sie die meckern immer rum die kreimen und so eine Scheiße ja geh mal gehst du durchs Tor durch und dann rechts oh dann machen wir das jetzt eben noch verbogener Endhof ist es der Natur finden wir viele Beispiele von Mimikri bei dem potenziell Beusicherheit vergaukelt wird nie hätte ich gedacht erster Hunter leben doch nun weiß ich ja dass Gefahr sogar ein Ding lauern kann die weichen und harmlos wirken ok hört sich gemein an also wähl den Pikmin Frage zu kicken wir hier jetzt vielleicht mit ja das wärs doch rein da